Ich weiß, das war albern. Egal. Hier muss ich wieder so arbeiten. Ich könnte auch einfach die Musikwörter laufen lassen. Nee, das läuft so nicht, weil ich nur eine Tonspur habe. Hier geht's. Die, 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 die. Ei, 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 okay. Hm. Sehr gut. Also das mit den Juwelenschmieden ist schon eine lustige Sache, aber es ist halt mega nervig. Ich hab's heute irgendwie mit dem Daumen, ich weiß auch nicht. Ich hab's heute irgendwie mit dem Daumen, ich weiß auch nicht. Ja, nice. Angriffswut senken. Oh. Oh. Hm. Hm. gemein Boop, boop, boop. Ich frage mich auch, wo sie dieses Ding jetzt die ganze Zeit immer mitschleppen. Ich meine, sie haben keine Hosentaschen oder ähnliches. Oder habe ich mich da verguckt? So wie ich das gesehen habe, gibt es hier keine Hosentaschen. So wie ich das gesehen habe, gibt es hier keine Hosentaschen. Andrea, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Oh mein Gott. War das während meiner Pause? Oh Gott, es tut mir leid. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich sehe das gerade. Vielen Dank. Das hatte ich glaube ich schon. Alles okay? Okay, ich habe keinen Schreien gehört, also sollte alles okay sein. Jo, ich glaube, das war's. Schauen wir hier eben nochmal nach. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das Team so gut aussieht. Okay. 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 Oh, oh. Fuck. Fuck. Ich hätte sie nicht wieder beleben sollen. Oh, ich war wieder mal unvorsichtig. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Und den ganzen Weg nochmal. Weil's so schön war. Weil's so schön war. Scheiße. Okay, er ist auf die Dicken. So kann man aber auch leveln, indem man sich einfach richtig dämlich anstellt. Oh, komm. Warum? Das ist doch nicht fair. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn endlich zu schützen und ich erbricht, er mich an. Oh, weil jetzt wieder Tag wird, oder was? Nee, ihr könnt mich mal. Nee, 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 jetzt schon nicht. So, aber wirklich nicht. So nicht, ihr Lieben. Oh, er hat mich umgeworfen. Oh, er ist ein Mistfang. Jedes Mal unterbricht er mich, der Kieser. Ich würde ihn halt auch gerne mal unterbrechen, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und jetzt haut er mich wieder. Okay, gleich kommen wieder die beiden von oben. Richtig? Richtig. Das ist jetzt gerade wirklich so von Gegner zu Gegner sterben gefühlt. Mist, zu langsam. Okay, perfekt. We did it. Ha, EZ-Lash! Yeah! Take this! Shadow Eye! Fack! Fack! Ach, ich nicht. War zu langsam. Ich war zu langsam. Ähm... Nee. Aber natürlich sind wir Redden von Chain Attack. Rikki, es ist deinem Turn. Ja. Ah, zu früh. Warum? Perfekt. Das wird die Mark. Shake your end. Oh, Stream in. All right. Ich fühle Rikki. Don't worry about it. Take this. Let's pass this edge. Shadow Guard. Okay, guys. Now we're playing together. I see it. Oh no. Ach komm. Bitte. Was ist denn heute los? Oh no. I don't know. I may have seen the only ones. I may have seen the make of them. Oh, I did. We'll be right back. Oh no. Oh no. Komm schon Okay, einer ist noch übrig No way! Hey, not so fast Leave it to me Hereupon, beat enemy good Again, again Okay, thunder bullet Fire! We're not finished yet Okay, my turn This'll need a mark, shake your edge How do you like that? Anytime, anyplace Tasty thing No way! Monster! Don't move! Stop! Rikki, don't worry about it! Rikki, smiley happy Aua Shit, Unshallah ist fast tot Aaaaah This isn't going well Nulu's spirit is bad You can do it! Happy, happy Aua! All together now Rikki together too Bite me! Bite it! Alright, I'm feeling it This is a freeze-lit Now's perfect for a chain attack I have a clear shot Here we go Stream it! I'm on it Headshaker Leave it to me Here we go Here we go Huh? Again, again Okay Okay, I had to by him wieder die Aether-Kraft nehmen müssen We did it! Ha! Monado Landers of War! Rikki, full of her rings! Shara! Rikki won't give up You won't give up to them Okay Das ist eine neue Waffe für Rikki und ne Hose Hm... Dann machen wir erstmal das Okay KP Hose Das ist doch keine Hose Ich bitte euch Das ist doch keine Hose Okay, was haben wir hier? Stärke 3 Äh... Stärke 4 Rein damit Aether Minimumangriff Du hast nur hier Max-Cup hier Das habe ich dir gerade neu reingemacht Wir haben noch hier die Sachen mit den Heilungsdingern, ne? Ne? No Eich ich Entfernen